My name is Bianca Schröder and I'm from Germany. Wissenschaft hat mit vielen Aspekten unseres täglichen Lebens zu tun. Wie kann die Energiewende voranschreiten? Wird die Digitalisierung meine Arbeit verändern? Wie können Städte den Umstieg vom Auto auf Bahn und Fahrrad erleichtern? Auf Fragen wie diese suchen ISS Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Antworten. Und ich trage mit meiner Arbeit dazu bei, dass jeder Interessierte Zugang zu den Forschungsergebnissen erhält und sich so eine fundierte Meinung bilden kann. Der ist der Weg, die Ingelegenheit ist ein Spiel. Was ist die Frage zu, was du? Was ist das? Was ist die Frage zu, was du? Was ist das?